Das Westminster Bekenntnis Kapitel 5 von der Vorsehung Artikel 1 Gott erhält und lenkt alles Geschaffene Gott, der große Schöpfer aller Dinge, erhält, lenkt, ordnet und regiert alle Geschöpfe, Handlungen und Dinge, vom Größten bis zum Kleinsten, durch seine höchst weise und heilige Vorsehung, nach seinem unfehlbaren Vorherwissen und dem freien und unabänderlichen Ratschluss seines eigenen Willens. Zum Preis der Herrlichkeit seiner Weisheit, Macht, Gerechtigkeit, Güte und Barmherzigkeit. Artikel 2 Erstursache und Zweitursache Obwohl in Bezug auf das Vorherwissen und den Ratschluss Gottes als der ersten Ursache alle Dinge unfehlbar und unabänderlich geschehen, so ordnet er sie doch durch dieselbe Vorhersehung so, dass sie sich nach der Natur der zweiten Ursache entweder notwendig oder frei oder zufällig ereignen. Artikel 3 Vorsehung und die normalen Mittel Gott macht in seiner Vorsehung normalerweise Gebrauch von Mitteln, hat jedoch die Freiheit, nach seinem Wohlgefallen, ohne sie oder über sie hinweg oder gegen sie zu wirken. Artikel 4 Vorsehung und Sünde Die allmächtige Macht, unerforschliche Weisheit und unendliche Güte Gottes offenbaren sich selbst so weit in seiner Vorsehung, dass sie sich sogar auf den ersten Fall und alle anderen Sünden der Engel und Menschen erstreckt. Und zwar nicht durch bloße Zulassung, sondern durch eine solche Vorsehung, die mit einer höchst weisen und machtvollen Einschränkung und anderweitigen Ordnung und Lenkung derselben verbunden ist. In mancherlei Fügung zu seinen eigenen heiligen Zwecken. So jedoch, dass das, was daran sündhaft ist, allein vom Geschöpf ausgeht und nicht von Gott. Der, da er ganz heilig und gerecht ist, nicht der Urheber oder Anerkennung der Sünde ist, noch sein kann. Artikel 5 Vorsehung und Züchtigung Der höchst weise, gerechte und gnädige Gott überlässt oftmals seine eigenen Kindern eine Zeit lang mannigfachen Versuchungen und der Verdorbenheit ihres eigenen Herzens, um sie wegen ihrer früheren Sünden zu züchtigen oder um ihnen die verborgene Stärke der Verdorbenheit und Arglist ihres Herzens aufzudecken, damit sie gedemütigt werden und um in ihnen eine engere und beständigere Abhängigkeit von ihm selbst zu ihrem Besten zu erwecken und um sie noch wachsamer gegenüber allen zukünftigen Gelegenheiten zur Sünde zu machen, wie auch aus einer Reihe anderer gerechter und heiliger Gründe. Artikel 6 Die Vorsehung und die Gottlosen Was diejenigen bösen und gottlosen Menschen betrifft, die Gott als ein gerechter Richter um früherer Sündenwillen verblendet und verhärtet, so enthält er ihnen nicht nur seine Gnade vor, durch die sie in ihrem Verstand hätten erleuchtet und in ihrem Herzen bewegt werden können, sondern entzieht ihnen auch manchmal die Gaben, die sie hatten und setzt sie solchen Umständen aus, aus denen ihre Verdorbenheit einen Anlass zur Sünde macht. Darüber hinaus übergibt er sie in ihre eigenen Lüste, an die Versuchungen der Welt und an die Gewalt des Satans. Dadurch kommt es, dass sie sich selbst verhärten, und zwar sogar durch solche Mittel, die Gott anwendet, um andere zu erweichen. Artikel 7 Die Vorsehung und die Gemeinde Wie die Vorsehung Gottes sich im Allgemeinen auf alle Geschöpfe erstreckt, so sorgt sie in einer ganz besonderen Art und Weise für seine Kirche und wendet alle Dinge zu deren Besten. Wie die Vorsehung Wie die Vorsehung